Bei den Fokuspodalen machen wir nicht gleich doll, bei den Tekupus-Tupnizern machen wir nicht gleich doll. Wir haben das Fotoshooting gemacht für Millennium City. Die habe ich gefunden über Millennium City Run und heute bin ich da. Es ist schon ein paar Treppen zu laufen. Sehr toll. Sehr viele Treppen. Wie haben Sie sich vorbereitet? Wir haben in Ljubljana eine kristallische Palaccia, sagen wir. Und auch im November haben wir dort eine Treppenrun. So alle wie wollen, müssen sie anschauen. Wenn sie so etwas länger dauern, dann sind sie starb. Es gibt nur noch viel Arbeit. Super! Wie ist es? Wie ist es? Ich habe es geschafft. Das ist ein Traueres. Was steht jetzt noch gar nicht zu sein? Ich habe mich für die Zeit, um zu Hause zu kommen und in der Sprint kam 20 Meter. Ich habe mich für die 40 Meter gefragt, ob ich wie ich bin. Ich weiß, dass ich mich nicht mehr schreitze, aber ich habe noch mehr. Ich habe mich dann auch, okay, ich habe mich für die Zeit, um zu Hause zu machen. Ja, ich habe mich für die Zeit. Step Up!